Hallo Leute, schön, dass ihr hier reinschaut bei Kostwachssimulator mit der Miskiefer Ja und Edkräfte Wir sind hier noch bei der tollen Brücke und wir immer noch unter Zeitdruck Immer noch nach so vielen Jahren, ich kann es nicht anders ertragen Nach so viel Stunden später immer unter Zeitdruck Was wollte ich gerade so sagen ohne zu fragen Ja Dass wir enormen Zeitdruck haben, wolltest du fragen Haben wir wirklich enormen Zeitdruck? Ja, wir sind voll noch Ich sehe unser Windrad Ah, durch die halbe Stadt gefahren Zusammen Sägewerk So Ich hoffe, dass das wirklich so ausgeht, sieh so Du hast mich eigentlich noch gar nicht befördert, also ich hoffe dann bei dir Ja, warte, ich befördere dich schnell bevor du Wo du das tust So Sonst störst du mich nur beim Arbeiten und einer muss ja arbeiten Du bist befördert Das ist gut So gut, Kyle Da hätten wir locker auf der anderen Seite arbeiten können Locker Den Krader Bin ja immer noch nicht drüben Ich hab gleich die Brücke fertig gebaut, ey Kannst du ja dann mal mit irgendwas zum Baustoffhändler fahren? Ne, ne, ich so schnell bin ich auch nicht dran Entlass ich mir Zeit Bevor ich fahren muss, lass ich mir Zeit Ähm Du musst aber dann noch was anderes an die richtige Position dringen Ähm Kantholzlerche fünf Meter, wieviel Mal? Äh Kantholzlerche fünf Meter vier Mal Vier Mal, Leerche, Kantholzlerche vier Mal 6400, holy moly So, jetzt nehme ich hier mein Stapler Ne, ich kann nicht mehr Stapler Wir wollen aber auch vier Armierungseisen, also ich weiß nicht, wo du die da am besten drauf gehst Warum ich? Ja, weil du glaub dann gleich fertig bist Ich bin noch nicht fertig, hallo, ich muss eine Brücke bauen Ich glaub, du kann man eine Brücke gleich so schnell bauen, was? Was denkst du von mir? Was hab ich da? Weiß ja, ne, du musst nur über die ganze Karte Die einmal bewegen Das ist ja das Hauptproblem, oder? Es ist schön auf dem Plan, weil du hast richtig viel Platz, ne? So Das Problem ist, er hat halt nur eine maximale Geschwindigkeit von 50 Ja Ok, jetzt muss ich die Mittelteile noch dran klatschen Das waren nur die, die auf mich gefallen sind Oh my gosh Produkte hier, Produkte da So Ah, 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 ah So, wo sind die da drin? Wenn sich der Freund ein bisschen schneller drehen würde, wäre einfach das Leben So, einmal um meine ganzen LKW rumfahren. Nein. So. Falsch. Ah, dieser misste mich hier. Er wird sich wieder beschweren, oder? Ja. Dann lassen wir uns das mal. Ich beschwere mich sowieso immer. Ja, du auch. Ah, das geht nicht so schön alles hier. Das ist alles ein Fusch, dieses ganze Spiel. Ich sag's euch, ist alles nur geklaut. Alles gar nicht meine. Ja. War's nicht deine? Du. Du gehörst mir nicht. Gott sei Dank, sonst müsste ich Angst auch noch haben. Ey, du kriegst meinen Besitz zu. Jetzt tun wir nicht übertreiben. Jetzt sagt bloß nichts Falsches. So. Cool. Noch einen Eisenträger, dann haben wir's. Ey, du schaffst das. Ja, in der Folge schaff ich das noch. War immer schon stolz auf dich. Ja, dann ist gut. Ich muss mal stolz sein. Eigentlich nicht. War eigentlich schon. Hallo. Oh mein Gott. Du meinst schon viel. Ich bin wieder der Gries. Was soll ich sagen, schlaft da ein? Bei der Erträge ist Schwierigkeit. Ich krieg's halt ne Gries. Du machst das schon. Nee. 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 Ich seit Monaten wieder Staplerfahrer. Staplerfahrer Klaus. Klaus heißt mein Nachbar, also. Musst dir fragen, ob er Staplerfahrer ist. Nee, nee, nicht nicht. Nee, nicht nicht. Aber den ganzen Tag im Büro. Ja, immer dieser Klauslaus Aber wenn er zu Hause ist, dann ist er richtig fleißig Ich sag's ihm, geht's hier in den Hintergrund Wer der Staplerfahrer Klaus oder dein Klaus? So, das jetzt heißen Keine Ahnung, vielleicht ist auch ein Klaus zu Hause Jeder hat einen Klaus Ähm, die Armierungseisen, die krieg ich aber hier nicht drauf Ich bringe mich diese gerne Mist runter Du musst das nochmal fahren Nee, du fährst Nein Du kannst ja selbst machen, den Dreck da Dreck? Ich hab schon gebohrt Ja, ich hab schon Du hast jetzt den Dreck gemacht Ja, indem du den Kran darüber her Ja, ich fahr aber nicht mit dem blauen Blauen kannst du noch 50 fahren, das ist schlecht Ja, wenn du an mir gesagt hast, brauchst du das nicht unbedingt sagen Wo ist denn das Zeugs denn hin? Rechts oder links? Ähm, hier bei mir, beim Hauptding zur Kran steht So mit rechts Ja, das ist immer Ansichtssache Ansichtssache, ja, kommt drauf an Aber da die Karte ja eigentlich nurisiert ist Also die Karte hat ja quasi in oben Nö Das stimmt auch mit Rechts und links Bei Gander war jetzt so vom Fluss her Die Fließrichtung wäre es so mit links Nein Laut Fließrichtung wäre es hinten Also von der kommenden Fließrichtung Äh Da fließt genau so wie die Brücke jetzt gebaut wird Das ist ein Bug Nicht längs, sondern quer fließt der Fluss Darin fließt von Kran zur anderen Seite rüber Und deswegen kommen wir in der Flussrichtung So würde ich das jetzt einfach mal nennen Cool Okay, this is a Bug, not a feature Ja, so Brücke ist fertig Komm ich da drauf Nein Weil haben wir dann mal eine neue Brücke, die wir nie brauchen Ja, ich weiß nicht, ob wir die Dumpf von Köln Jetzt sind da noch die Armierungseigende Die Römer uns doch noch mal schnell Blaue, wenn du da bist Bist du denn Bist du denn Gar nichts Blaue, haben wir nur eine maximale Schwindigkeit von 50 Ja, und Wir haben Platz ohne Ende Hättest du ordentlich gearbeitet, hättest du die drauf bekommen Nein Da auch ein Stapler schaffst du das nicht Weil das ganze Ding sich bewegt und alles immer noch Mist ist Und ich kann nicht sterben Und ich kann nicht sterben Gertnerei, stimmt Ja, da war was, da war was, da war was Was? Bei beim Sägewerk Ja, bei Sägewerk Ja, stimmt Und ich bin da schon wieder Beim Händler haben wir ja ein Ding stehen, in dem Autokran, deswegen Nee, auch nicht Stimmt, wenn wir Autokran auch noch mitnehmen Ist der nicht der eine? Aber zu Hause, und der eine hier Aber Leute, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie wir das Ganze machen So, bleibt gespannt und bleibt dran Tschüss Öst